Vor ein paar Jahren geschah in einem unscheinbaren kleinen indischen Dorf an den Ausläufen des riesigen Himalayas etwas unglaublich Heldenhaftes. Es begann damit, dass Baka wie jeden Samstag auf dem Wochenmarkt das Nötigste für seine achtköpfige Familie einkaufen wollte. Er war in seinen 40ern und konnte sich seiner Frau und die sechs Kleinkinder als Tagelöhner gerade so durchbringen. Was er verdiente mit Malerarbeiten, den Hüten von Ziegen, Bauen von Gerüsten oder der Arbeit als Erntehelfer, all das floss beinahe vollständig in die Ernährung seiner Familie. Daher war der wöchentliche Einkauf besonders für seine jüngste Tochter Tara der Höhepunkt ihres jungen Lebens. Und so war die Fünfjährige auch dieses Mal wieder mit auf dem Markt. Doch dieser Besuch sollte das Leben der ganzen Familie völlig verändern. Baka hatte bereits alles Wichtige beisammen und lief nur noch ein letztes Mal mit seiner Tochter an der Hand an den Ausstellern und Verkäufern mitsamt ihren Wagen vorbei, um zu einem Anhänger zu kommen. Diesen hatte er für den Transport am Rand des Geländes geparkt. Doch bei einem Händler für Backwaren entdeckte die kleine Tara etwas für sie unwiderstehlich Wirkendes. Da stand ein eigentlich unscheinbarer Weidenkorb mit Deckel und einem Tisch und aus diesem Drang wunderliche Geräusche hervor. Sie riss sich von ihrem Vater los, um nachzusehen. Backar rief ihr noch nervös nach, schließlich hatte er nur wenig Zeit für die Einkäufe, da kam sie auch schon mit einem kleinen vierbeinigen Geschöpf auf dem Arm wieder. Ein kleines Hundewälpchen blickte ihn mit großen schwarzen Augen an. Tara bettelte ihren Vater an, ob sie ihn mitnehmen können. Die Familie hatte so schon viel zu wenig zu essen, einen Hund würden sie gar nicht mit durchfüttern können. Das versuchte er seiner Kleintochter mit traurigem Herzen verständig zu machen. Plötzlich tippte ihn ein kleiner Mann leise räuspernd auf die Schulter. Es war der Händler und Besitzer des Kleinhundes. Er musste schon sehr alt sein, Backar kannte ihn trotzdem noch nicht vom Markt. Als er zu lächeln begann, sah man, dass er fast keine Zähne mehr im Mund hatte. Treu wären sie, diese Hunde, bis in den Tod. Und es ist ein Dobermann, stellte sich heraus. Und wenn er sie einmal in sein Herz geschlossen hat, werden sie einen Freund fürs Leben haben, meinte der alte Bäcker. Schenken wollte er den kleinen Racker sogar, denn für einen wahren Freund fürs Leben könne man ohnehin nie genug bezahlen. Kein Geld der Welt wäre genug dafür. Zähne knirschend willigte Backar ein und sie nahm den kleinen Kel mit heim. Und diese Entscheidung sollte er sein Leben lang nie mehr bereuen. Ein Jahr verging und die Familie ernährte den Hund von den kargen Essensresten. An manchen Tagen sparte sich Tara sogar heimlich etwas von ihrer Portion ab, versteckte es in ihrem Kleid, um es den Hund später zu fressen zu geben. Er schlang alles immer hastig hinunter, so zeigte er seine Dankbarkeit. Doch es zeigte auch, dass er schlichtweg nie wirklich satt war. Aber es war verrückt, denn je weniger es für ihn zu essen gab, desto zutraulicher und treuer schien der Hund zu werden. Des Nachts schlief er stets am Fußende von Taras Bett und die beiden waren unzertrennlich. Eines Tages begann wieder die Regenzeit und das Dorf wurde von heftigen Unwettern heimgesucht, die sich an den Ausläufen des Himalaya-Gebirges austobten. Kleine Bäche wurden zu reißenden Strömen und das Binnenstunden. Mit diesen aufwallenden Wassermengen kamen regelmäßig auch allerlei ungebetene Gäste aus den Bergen ins Tal und damit auch in das Dorf von Bakar und seinen Liebsten. Eine Nacht wurde ganz besonders stark von Regen heimgesucht und der mittlerweile ausgewachsene Hund der Familie rannte plötzlich vor die Tür. Tara wurde kurz darauf wach und starrte aus dem Fenster ins Dunkle. Blitze erhellten kurz den Hof des kleinen Grundstücks, doch eines vermisste sie, das leise Röcheln ihres lieben Hundes am Bettende. Aufgeregt lief sie in das Schlafzimmer ihrer Eltern, um sie zu wecken, doch das brauchte sie gar nicht mehr. Sekunden zuvor schreckte Bakar bereits hoch, ja die ganze Familie wurde gleichzeitig wach. Aus den Grollen des Donners und dem peitschenden Regen schälte sich ein unverkennbares Bellen, das von draußen kam. So grimmig und entschlossen, wie sie es von ihrem Vierbeiner noch nie vernommen hatten. Als sie dann auch noch zischen und polterne Laute dazwischen mischten, rannte die ganze Familie heraus in den neblig-trüben Hof vor dem Haus. Und da war der Kampf bereits im vollen Gange. Der treue Dobermann war mitten im Gefecht mit vier indischen Kobras. Sie mussten mit dem Fluten aus den Bergen mitten auf den Hof der Familie gespült worden sein und waren ungemein aggressiv. Schon das Gift einer einzigen dieser Kobras reicht aus, um einen Elefanten zu töten. Doch vier bedeuteten den sicheren Tod für alles, was sich ihnen in den Weg stellen würde. Doch der entschlossene Vierbeiner wagte es dennoch und als die Familie gerade an die Tür des Hauses ankam und nach draußen blickten, stürzte er sich auf eine der Giftschlangen verbissig in ihrem Hals. Sein Fell war bereits stark gezeichnet von mehreren Bissen. Er blutete und hinkte. Doch es schien so, als dass ihn die Attacken nur noch schneller und entschlossener werden ließen. Von der Seite schlängelten sich zwei der anderen Kobras zu ihm hin. Er trat auf eine und wurde von der anderen in den Bauch gebissen. Letztere schüttelte er mit einer schnellen Drehung ab, ließ die mittlerweile tote Schlange aus dem Maul, um sich in der nächsten festzubeißen. Taras Augen füllten sich mit Wasser und die ganze Familie rang mit den Tränen. Der Kampf musste schon einige Minuten gedauert haben, als sie dazu kamen. Alle waren völlig schockiert und standen wie angewurzelt da. Dann besann sich Bakar und rannte zu dem Kleinferschlag nicht weit vom Haus, einen Bogen von einigen Metern um das gefährliche Geschehen machend. Bakar holte eine Hake, doch eigentlich war es völlig egal, was es war. Er griff das nächstbeste, das lang und stabil war. Er rannte zurück und schlug zu. Zunächst verfehlte er eine Kobra, doch der nächste Schlag saß. Eine weitere war tot. Der treue Dobermann sprang auf die letzte noch lebende Schlange. Sie war bis kurz vor die Türe des Familienhauses gelangt, biss ihr unter den Kopf und hielt sie fest. Nach wenigen Augenblicken zuckte sie nicht mehr. Die Kinder und Bakars Frau konnten sich erst jetzt aus ihrer Schockstarre lösen. Tara vorneweg rannten sie zu den gebeutelten und so liebegewonnenen vierbeinigen Familienmitglied, ebenso wie Bakar selbst. Der mutige Dobermann brach jetzt völlig erschöpft in sich zusammen. Sein ganzer Körper war übersät mit Bissen. Es war zwecklos, seine Atmung wurde immer flacher und sein vor ein paar Minuten noch so lautes Bellen ist einem leisen Wimmern gewichen. Er hatte allen gezeigt, was sie ohnehin schon wussten. Er liebte seine Familie bis in den Tod. Das Gift begann schnell zu wirken und so sackte der geschundene Körper leblos in Tarasamt zusammen. Alle weinten, doch der selbstbewusste Vierbeiner starb im Kreise seiner Liebsten. Mehr hätte er nie gebraucht. Das Gewitter verzog sich langsam und am nächsten Morgen besuchte die Dorfälteste zufällig die trauende Familie. Alle berichteten aufgeregt und sich gegenseitig immer unterbrechend von den wagemutigen Ereignissen der Nacht zuvor. Hätte auch nur eine der giftigen Kobras unbemerkt ihren Weg ins Haus gefunden, hätte es den sicheren Tod für einen oder alle in der Familie bedeuten können. Nach den Worten bot die Dorfälteste an, dem Hund eine ehrenbietende Beerdigung auszurichten. Als sie nach dem Namen des tierischen Helden fragte, blickten sich alle von Bakars Familie verblüfft und schließlich beschämt an. Sie hatten ihrem treuen Lebensretter nie einen Namen gegeben. So begruben sie das Tier und brachten ein Schild an, auf dem stand, in Gedanken an unseren Lebensretter, unseren treuen Freund. Er war ein Teil unserer Familie und liebte uns bis in den Tod. Die Loyalität, die dieser Hunde zeigte, diese selbstlose Liebe, sie mobilisierte das ganze Dorf. Über 100 Menschen kamen zur Beerdigung und hinterließen Blumen und bunte Decken auf dem Grab. Viele erzählten auch von ihren eigenen Hunden und so fanden Bakar und seine Familie Trost in diesem Zusammenhalt. Zuletzt, später am Abend, stand noch eine Frau in der Tür des Hauses der Familie. Fragend blickte Bakar hinüber und als sie näher kam, erkannte er sie. Es war die Tochter des alten Bäckers, von dem er den kleinen Welpen vor einem Jahr geschenkt bekommen hatte. Ihr Vater war vor wenigen Wochen gestorben, aber sie hatte gehört, wovon das ganze Dorf gesprochen hatte. Ein großer Sack voller Backwaren auf den Rücken, den sie als Geschenk und Trost mitgebracht hatte. Sie setzte sich zur Familie, sie aßen zusammen und die Frau erzählte stundenlang von ihrem Vater und seiner Liebe zu Hunden und Menschen. Als sie mit dem Essen fertig waren, war noch viel übrig. Die kleine Tara griff aus lauter Gewohnheit wieder heimlich ein Stück Brot vom Tisch, wickelte es in ihr Kleid und rannte an ihr Bett. Erst dann besann sie sich, dass da keiner mehr wartete. Doch dank ihres Hund war sie noch am Leben und das würde sie ihm nie vergessen. Ja, sie würde ihn nie vergessen. Was sagt ihr zu der Geschichte? Habt ihr eigene Erfahrung mit der selbstlosen Liebe von Haustieren gemacht? Schreibt doch mal, wie eure fälligen oder gefiederten Begleiter schon getröstet, aufgemuntert und durch schwere Zeiten begleitet haben.